Willkommen zu Star Citizen. Schön, dass ihr reinschaut. Im Anflug auf die Gellett Family Farm auf Ceylon bin ich gerade, um mir verarbeitete Lebensmittel zu kaufen. Ich bin hier im PTU in der Version 3.13.1 und da hat mich doch ein Eintrag erreicht und zwar direkt oben im Bildschirm da, wo die Beacons immer sind, kam ein Eintrag rein, Commodity Price Alerts. Das hat mir jetzt natürlich erstmal nichts gesagt, denn diese Meldungen der Beacons und was weiß ich, das wird ja immer pfleglich ignoriert von mir, aber bei Price Alerts, ich weiß auch nicht, da hat irgendwas getriggert und da habe ich mich auf die Suche gemacht, was sind das denn hier für Preis-Alarm-Geschichten, ist das für mich interessant. Ich kannte das so noch nicht. Mag sein, dass es das schon gab, aber ich kannte es halt noch nicht und ich glaube, ich verringere die Geschwindigkeit gerade mal und zeige euch das mal. Dann dachte ich, okay, dann gibt es vielleicht hier eine Mission und General, da vielleicht müsste ich hier irgendwo was deliveren oder was kaufen oder naja, oder dann vielleicht sogar in persönlichen Geschichten. Nein, auch da habe ich es nicht gefunden, bis ich dann hier unten in den Eintrag im Journal gesehen habe und wenn ich ganz nach unten gehe, dann steht das hier, Commodity Price Alerts. Und da wird mir also folgendes mitgeteilt, dass gewisse Locations einen Überhang an Lebensmittel, verarbeiteten Lebensmittel haben und andere Locations, die ihn sogar zu einem guten Preis ankaufen. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren, das habe ich noch nie so für mich so realisiert. Deshalb, Galette Family Farms würde dieses verarbeitete Lebensmittelzeug verkaufen für 1,20 und dann müsste ich mir noch irgendwas raussuchen, aber kann man schnell anfliegen und die würden das Zeug dann wieder kaufen für 1,51 und das ist jetzt zwar nicht so die Gewinnspanne, aber es ist doch das, was wir mal letztens besprochen haben, als es noch um Trading ging und so weiter, haben wir doch in den Kommentaren noch mal kurz diskutiert, dass es eher nicht so realistisch ist, dass man mit einem riesigen Raumschiff auf dem kleinen Außenposten hinfliegt und dann sagt, jetzt bitte mal zweimal voll machen und ich komme in 20 Minuten wieder. Sondern, dass es eher so sein wird, dass sie sagen, jetzt ist unser Lager voll, wer möchte den Job für einen günstigen Preis und dann kannst du das Ganze annehmen und hinfliegen und weißt du, was du kriegst und dann ist das Teil jetzt erstmal wieder leer. Von daher geht das hier, denke ich, wenn sie hier so eine Ausschreibung haben, das schon in diese richtige Richtung. Jetzt möchte ich natürlich mal schauen, ob die das auch wirklich anbieten und in welcher Menge. Ich habe jetzt mir die Mercury Star Runner genommen, um da mal flugs durchs Wörst zu fliegen. Wenn wir die voll kriegen, wer dann hat noch die Frage, inwieweit und wieviel sie auch für eine Caterpillar oder sowas noch zur Verfügung haben. Aber jetzt erstmal gucken, so eine kleine Familienfarm, also Leute, ob ich da wirklich so viel kaufen kann für eine Caterpillar, das ist jetzt halt wirklich die Frage. Das müssen wir jetzt auch mal für uns mal klar kriegen. Guckt, da ist da so ein kleiner Außenposten hier. Das müssen wir jetzt auch mal für uns mal machen. so steigen wir mal aus und wenn man immer sieht schon die verhältnisse schon sieht wie groß die mercury star ist im vergleich zu diesem außenposten dann glaube ich dass sie gar nicht die mengen zur verfügung haben die ich jetzt hier schon bräuchte deshalb jetzt mal der test also wenn ihr euch das jetzt hier anschaut mal so das verhältnis das ist schon und dann haben wir hier also diese kleinen gewächshäuser die hier versuchen noch ein bisschen lebensmittel anzubauen durchaus unterschiedliche sachen von aloe vera bis zu was ist das hier vorne in der mitte haben wir wahrscheinlich möhren hier vorne haben wir irgendwelche andere sachen und space erdbeeren gibt es dann auch also wenn ich mir jetzt diese paar gewächshäuser anschaut dann wird das mit einer caterpillar schon schwierig aber wir lassen uns überraschen dann müsste es doch hier richtig sein oder täusche ich mich da nehmen wir das mal die star hat also 114 seo an platz und hier sollten wir also dieses food für 121 bekommen tatsächlich auch die menge ist vorhanden und natürlich aber was ist das für preis 13.681 also den dicken reibach den kannst du jetzt hier so nicht machen aber ich finde den schritt schon in die richtige richtung deshalb möchte ich das auch testen ob das auch so stimmt was die dann für angaben machen hätte ich eher noch hier den alkohol kaufen können aber gut jedenfalls der service des einladens ist habe ich nicht auf bestätigen gedrückt mag sein so was gut ist jetzt hier alle ja ich verstehe die welt wieder nicht da ist das food wenn dann ist es ein anzeigefehler warum tut ihr mir sowas immer an das gibt es nicht so das unsichtbare food das ist wahrscheinlich nur ein ganz kleiner präsentkorb gibt es nicht imersion ad So, den Außenposten haben wir jetzt mal leer gekauft und jetzt kurz überlegt, wo wollen wir hin? Everest Harbor oder so, das wäre doch mal eine Möglichkeit. Dann würde ich sagen, da fliege ich da mal hin. Und als kleinen Test werden wir uns dann eben da wiedersehen, wenn ich vor dem Terminal bin und dann haben wir das ganze verifiziert. Also bis gleich. Okay, nun ist es Portressler geworden. Ich habe im Journal noch mal nachgeschaut und da stand natürlich Portressler. Macht auch nichts. Jetzt verkaufen wir das mal. Mal schauen, ob das virtuelle auch da ist. Es ist da, zu einem Preis von 1,50. Und ja, ich kann es also verkaufen für 17.093, gekauft für 13.681. Das ist nicht die Welt. So, mal gucken, ob er es macht. Sieht gut aus. Hat er also gemacht. Gut. Ja, da sind es 4.000. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ich beurteile das Ganze ziemlich positiv. Hier ist es ziemlich laut, ne? Moment. Hier ist es ein bisschen besser. Ich beurteile das ziemlich positiv aus folgendem Grund. Ach, jetzt steht es gar nicht mehr. Hier. Doch, da unten. Ich muss runter scrollen. Aus folgendem Grund. Also es stimmt, die Preise haben gestimmt, das Punkt 1. Ich konnte meine Mercury Star Runner mit 114 SCU vollladen. Das war auch nicht schlecht. Man müsste also testen, inwieweit auch größere Mengen da noch mitgenommen werden können. Das stimmt auch. Aber die dritte Sache, die ist ganz wichtig für mich. Ich habe hier in diesem Journal direkt den Preisvergleich. Also ich kann sehen, hier kann ich das Essen kaufen mit 1,20 und da kann ich es verkaufen mit 1,50. Ich brauche nicht aus dem Spiel raus tappen und mir eine externe Seite suchen, sondern ich kann gleich sehen, Ankauf und Verkaufspreis und ob mir das Ganze in irgendeiner Form schmeckt. Hier unten könnte ich sogar noch diese Distilled Spirits auch noch sehen. Also ich denke, aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch jetzt vom Preis hier nicht lohnenswert. Aber eben die Möglichkeit, den Ankauf und Verkaufspreis in einem Zettel hier zu sehen, finde ich richtig gut. Und da würden mich gerne mal eure Gedanken dazu interessieren. Ist euch das schon mal aufgefallen? Habt ihr das auch schon genutzt? Kann man die Kapazitäten einer Caterpillar da auch ausreizen? Und wie beurteilt ihr das, dass ihr im Journal eben diesen Ankaufs- und Verkaufspreis seht? Dazu gerne einen Kommentar, würde mich wieder freuen und ich bedanke mich, dass ihr da kurz reingeguckt habt und wir sehen uns wieder in Star Citizen.